So, dann hier mal eine kleine Testaufnahme zu Battlefield 3. Ach du Scheiße. Warum fliege ich? Ah, hilf mir. Hä? Warum? Hä? Warum bin ich ihm? Na toll. I'm flying away. Ach du Scheiße. Auf! Oh Gott, geht doch. Was habe ich überhaupt? Ich bin Medic. Wie steht's denn überhaupt? Ach so viele Leute sind gar nicht da. Okay, okay, okay. Äh, zurechtfinden. Hä? Das ist aber nichts, was aber zu mir gehört. Komisch. Was sind denn die Leute alle? Was kommst du so seltsam vor? Hä? Muss gar nicht sein, normal ist auch doch da immer irgendeiner. Komisch, die Runde ever? Wow! Äh, okay. Strange aber okay. Wo waren wir jetzt? Waaah, schnell weg. Höh, das sind Heli. Okay, der Panzer ist da, der Panzer ist da, der Panzer ist da. Okay, okay, okay. Ah, ist scharf. Und A geht hoffentlich jetzt hoch. Ah, ist oben. Sehr schön. Wir haben einen Heli und einen Panzer hier im Tunnel. Was ist zur Hölle? Was ist denn das für eine komische Runde eigentlich? Äh, schaut's denn aus. Ich hab noch gar keine Punkte gemacht. Das ist eher so optimal. Ach, hier ist mein, hier ist mein Typ. Ach du Scheiße. Panzer. Wow. Ja, schön. Ich hau mal kurz hier ab. Das ist mir doch zu heiß. Äh, ja dann, äh, hier auf geht's, oder? Panzer ignorieren und weiter. Was kümmert mich der Panzer hier hinten? Der Krieg ist vorne. Los, 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 los. Okay, das ist natürlich alles eine sehr spontane Aufnahme. Ich wollte jetzt einfach nur testen, ob es irgendwie funktioniert. Wahrscheinlich würde ich auch gar nie den Weg, äh, online finden. Na du, brauchst du was? Schaut's nicht echt aus. Huch, da wird schon geschossen. Okay, querlaufen, querlaufen, querlaufen. Oh, 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 oh. So, Medi-Pick vor. So, klappt das eigentlich noch? Anscheinend. Medi-Pick vorwerfen, weiterlaufen und dann wird mir auch ein bisschen gehalten. Wow, Heli. Wo sind meine Jungs eigentlich? Das fällt mir... Au, das war so klar. Hallo? Äh, 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 Vollhänger? Sind die kaputt. Warum hat er mich eigentlich nicht getötet? Da war grad noch einer, der sprang da so lustig an der Wand dringend. So, jetzt da, meiner. So. Schau mal. Da liegt doch einer. So. Lauf! 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 Ich hab nicht mehr viel Moon. Hilfe! Warum hab ich nicht mehr so viel Moon? Komm, ich... Schnell zu B, schnell zu B. Du, 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 du. B, 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 B. Stressen, einfach den Gegner stressen. Waaah, Lauf! Ich brauch mehr Munition. Woa, 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 da ist der Panzerscheiße. Tele schaut auch auf mich? Woa. Gut, A, safe. Äh, nicht safe, so rum. Abo, die... Ist wieder zurückgeholt. sehr schön wie hat es zerrissen so wie es gehört oder panzer nachladen ist das war zu schnell was hatten wir jetzt gemacht wahrscheinlich direkt ein headshot das ging mir zu schnell also ich habe noch gar nichts erzählt sowieso bloß der testaufnahme ich lade ich die doch oder eigentlich ist das ganz gerade ganz lustig auch wenn ich hier mittendrin gerade einsteigt aber es läuft gerade eigentlich recht gut lustigerweise ich bin eigentlich nicht so der gute spieler so weg damit wird bestimmt gleich einer kommen genau so war mensch kurz heilen hochheilen auf den krieg so geht doch ja verdammt hochheil verzogen habe ich noch getötet ich weiß es doch nicht nein anscheinend nicht 67 prozent ich habe viel öfters getroffen so geht es nun mal komm schon da ist wahrscheinlich keiner mehr oder und das war es auch schon wieder das war jetzt eine sehr kurze grunde mein team hat gewonnen ist doch schön kann sich sehen lassen zu rufen anfangen ja das war es auch schon wieder bis zum nächsten mal tschüss